Ich teste nur gerade. Ja, das geht. Mit der MG kann man durchfeuern. Bereit? Warte, soll ich fliegen? Bleib so, bleib so. Soll ich? Äh, ja. Ja! Das geht! Halt, das Haus abreißen. Okay, jetzt ab und fliege. Okay. Okay, bereit? Ja, das ist nicht ganz so einfach ohne Autoschwebeflug. Ich bin ein bisschen ausgleichen. Aber gerade weiter. Mit einem anderen Winkel könnte ich das Haus treffen. No. Okay, bereit? Ja. Ruffy, film du mal hier aus dem Panzer. Ganz genau mit dich zielen. Ah, kein Sprit. Wie ist denn der Sprit aus?